Hi, hier ist Selina. Hi. Und heute machen wir eine Verlösung. Und ihr könnt mitmachen, indem ihr in die Kommentare euren Vor- und Nachname und eure Adresse reinschreibt. Wir müssen ja irgendwie verschicken können. Also, verdammt. Aber die uns halt so privat kennen, weißt du? Ja, die uns privat kennen, schreiben bitte nur ihren Vor- und Nachnamen. Und können auch schreiben, ist mega. Also sie können schreiben, was sie möchten. Hauptsache wir wissen, wer gemeint ist. Ja, und die Frage? Ja, die sagen wir gleich. Aber als erstes die Preise. Gut, also der erste glückliche Gewinner. Oder nee, wir fangen mit dem letzten. Der dritte Platz bekommt nur eine Autogrammkarte. Er kann sich auswählen. Die wählt. Die wählt oder die wählt. Also die. Warte. Dann müssen wir noch eins, zwei, drei irgendwie draufschreiben. Die hier. Ja, das wäre Nummer eins. Das wäre Nummer zwei. Und Nummer drei. Komm, wir schreiben mal drauf. Nummer eins auf die Rückseite, ganz klein. Ja. Warte, ich lege mal kurz in die Abfallseite, nicht zieht. Ja. Wir schreiben jetzt ganz klein die Nummer hin. Eins, zwei, drei. Gut, da wäre das jetzt auch gemacht. Gut, also wir fangen jetzt mit dem zweiten Platz. Das ist scheißegal. Die drücken jetzt kurz durch, aber ich mache das nicht. Der dritte Platz, wie gesagt, bekommt eine handsignierte Autogrammkarte. Von irgendeinem, ja. Und der zweite Platz beginnt mit dem zweiten Platz. Der zweite Platz bekommt natürlich auch eine von diesen drei hübschen. Ihr schreibt, also ich sag's nochmal, das ist Nummer drei. Wenn ihr die ganz hübsch findet, schreibt die Nummer drei. Dieses Nummer zwei. Und das hier Nummer eins. Das gehe ich aus, um welche ihr wählt. So, und Platz zwei bekommt noch ein Geschenk. Und zwar das hier. Platz zwei kriegt noch ein Geschenk. Zwar das hier. Da steht die Olz. Und nochmal hier zum Mitfassen eine. Die Olz. Mit einem Platz. Also das ist ein Kugelschreiber. Das sind Blätter. Und hier steht Selina und Christian, selbst unterschrieben. Ja. Und natürlich auch einen passenden Stift dazu auch. Passenden Stift. Aber auf den Stift haben wir nur die Olz geschrieben. Also falls es abgeht, ist ja scheißegal. Ihr habt hier noch das hier und da drauf noch. Selina und Christian sind die Olz. Und wir wollen bitte, dass ihr fair mitmacht. Ja, also richtig fair. Also Regeln quasi. Ja. Es darf niemand aus unserer Verwandtschaft mitmachen. Unsere Freunde dürfen mitmachen. Also niemand, mit wem wir verwandt sind. Aber unsere Freunde oder Klassenkameraden dürfen mitmachen. Ja, also genau jetzt zuhören. Nur Freunde oder Klassenkameraden. Und natürlich fremde Leute, die wir nicht kennen. Und Fremde, die wir natürlich nicht kennen. Die wir uns lieben. Gut, gut. Dann fangen wir gleich mal mit dem ersten Platz. Der darf natürlich auch eine von den Autogrammkarten legen. Und natürlich eine super duper Eule. Die sogar unterschrieben ist mit die Olz, wie man einmal sehen kann. Da und Christian, den kleinen Smiley, Selina und Cece. Gut. So. Das wird der Preis sein. Wir verpacken es noch schön. Das werden Sie den dann nicht sehen. Gut. Also, das war die Verlosung. Ich fasse noch mal kurz etwas zusammen. Und zwar in die Kommentare. Die Autogrammkarte. Also 1, 2 oder 3. Also Nummer 1. Nummer 2. Ja, wir machen uns. Und Nummer 3. Und die Frage. Die sagen wir gleich. Und bitte schreibt die Nummer von der Autogrammkarte. Nummer von der Autogrammkarte. Euren Namen und Hinternamen und eure Adresse hin. So. Die Frage wird jetzt erkunftet. Die Frage heißt. Was habe ich Christian übergekippt? Ja. Also, die Frage findet ihr in einem Video. Genau. Was habe ich Christian übergekippt? Also, was hat sie mir überschüttet, über den Kopf geschüttet? Gut. So. Das war die Frage. Gut. Wir freuen uns, wenn ihr mitmacht. Aber bitte spielt fair. Und bitte, möglichst auch, macht nicht einfach mit der Weihnachtsgeschenk. Das ist nicht fair. Und irgendeiner, der uns mal beleidigt hat, auf den Kommentaren unten, also nicht bei diesem Video, aber bei anderen, der spielt auf keinen Fall mit. Das haben wir schon beschlossen. Also, wenn du mitspielen willst, wir geben dir das nicht. Da wählen wir einen anderen quasi dann. Gut. Also, Verwandten und so spielen natürlich nicht mit, aber Klassenkameraden und die wir privat kennen. Wir schreiben auch in die Kommentare natürlich den Gewinner. Ja. Ganz klar. Den geben wir das dann halt. Gut. Es wird dann auch sofort abgeschickt und wir hoffen, ihr freut euch dann. Gut. Also, ja, Private müssen natürlich nur den Namen und Nachnamen schreiben. Ja. Bis dahin. Das ist es. Ja, und Verwandte dürfen nicht mitspielen, nur unsere Klassenkameraden und Freunde. Bis dahin haben wir jetzt Schluss gemacht. Also, freut euch aufs nächste Video. Ja. Ciao. Freut euch auf die schönen Geschenke. Und tschüss. Tschüss.